Entschulde ich, dass das Video jetzt ein bisschen verwackelt wird, aber das nehme ich gerade von meinem Fernsehen auf, weil ich es leider auf den Kopf gedreht habe, so wie es scheint. So wie es scheint, dass das Video jetzt ein bisschen verwackelt wird. So wie es scheint, dass das Video jetzt ein bisschen verwackelt wird. So wie es scheint, dass das Video jetzt ein bisschen verwackelt wird. So wie es scheint, dass das Video jetzt ein bisschen verwackelt wird. So wie es scheint, dass das Video jetzt ein bisschen verwackelt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So, und hier sehen wir jetzt auch auf den Feuerwehrwagen Den Löschwagen ZDF für funk, 2017 So, und hier sehen wir jetzt auch auf den Feuerwehrwagen Und dazwischen kann man das jetzt vielleicht schon ein bisschen sehen, wenn man ein bisschen aufgepasst hat, aber ich werde es jetzt gleich nochmal genauer ran zoomen Das ist jetzt allerdings nachkommentiert, also jetzt keine Sorge Weil, wie gesagt, ich muss es jetzt nochmal aufnehmen Ja, und da sehen wir das, da ist der abgebrannte Schirm und die abgebrannte Hecke doch recht gut zu erkennen Und dann dazwischen Da oben ist es zu erkennen Da dazwischen Zwischen Gartenhausdach und der Hecke Ja, hier Ja, hier Ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, und das war's dann auch. Jetzt wiederholt sich das gerade erst wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.